Hallo und herzlich Willkommen! Hier ist der Pink Panther und das verrückte WTD Team. Darunter ist die Dori. Habt euch ja gewünscht. Wir sollen mal die Dori wieder mitnehmen. Ups! Der Steve Pitti! Hallo Menschen! Und die anderen! Und den haben wir noch dabei, den Simsalabim! Hallo! Oh nein! Oh Gott, ich kann noch so viel fahren hier. Und der Andi, rote Killergurke aus dem Livestream der Admin. Hallo! Sag mal kurz, als wär's der AFK. Alle Topstars sind anwesend. Ich weiß ja nicht, was der Pink Panther dann hier will, aber okay. SELBST DISS! So, kannst du dann aber gegen meinen... Ich seh nix! Jawoll! Was? Hä? Wo bin ich? Ja, das ist die Frage. Marco, Polo, was? Grün? Guckst du mal, wie professionell ich das hier mache mit meinen Kurven? Was, was? Guckst du mal? Mit meinen Kurven! Alter, hallo? Du kannst doch keine Drogen hier verherrlichen! Nimm mal deine Ohrstöpsel raus, äh, deine Dinger hier da. Sag der, guckst doch mal! Ist das doch, also... Steve! Jetzt gibt's doch schon andere Drogen, wie, äh... Vielleicht könnt ihr Wärme machen für irgend sowas, ne? Jetzt macht ihr mich fett, das finde ich... Nein, der bleibt mich an der Ecke hängt! Ah, Mann! Oh, wie er abgeht, oder? Was ist denn mit dem los? Ja, Steve, weißt du, so... Eben hat er die ganze Zeit, ne? Darum versagt. Und jetzt läuft die Aufnahme, da blüht er auf. So sind sie die... Die ganze Tricks jetzt zeigen lassen. So sind die Youtube Stars. Oh, oh. Ich wollte gerade da durchfahren, das war aber... Oh, Steve! Oh, ja... Ah, Hilfe! Ah, ah, ah! Du Schweinschen, du Schweinschen, du Schweinschen! Oh nein 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 nein! Oh! Na gut. Ja, Marty, will ich dir... Mach dir ganz g'diegen, hier, weiß du, was du hier rum? Das ist okay, bleibt's. Ja, klar. Prall hier, mal ein bissl rum, weiß du! Ist voll der Prolly. Oh, Doreen. Guck mal, wie sie schon auf einen zufährt. Hilfe, Hilfe, Hilfe. Oh mein Gott, ich bin übrigens gelb. Blau und rot sind bis schräg. Oh mein Gott, ich hab's mal richtig oben geeiert, ey. Was habt ihr denn da oben gemacht? Naja, ihr wisst kuscheln, Deluxe, oder? Ja, eben. Wir wollten ein Bild machen. Ja, Dori hat wieder nicht mitgemacht. So, abgeschnitten. Was lief, du bist so fies. Was? Ich war doch schon dran vorbei. Was ist denn das für ein Bullshit? Nennen wir es einfach wie ein Lag-Compensation, oder? Aber guck doch mal, ich bin doch schon dran vorbeigefahren. Oh, tick. Tut er mich nachträglich nochmal wegmachen. Ich fahr mal gegen die Wand, du siehst aus, weil das irgendwie nicht gekonnt gewesen. 17 Punkte. Oh, breit left. Ich würd sagen, alle auf rot. Mh, würd schon sagen. Gerade der blaue hier, ne? Hallo. Ach komm, Steve. Mach mein Speed-Hack aus. Ja. Alter, was geht denn noch alles, bitte? So geht's. Deinen letzten Tag und so. Was? Was? Mein Richtungswechsel. Nein. Unfair. Weil du so laut gelacht hast. Boah, ey. Ja, aber er will mich fertig machen und fährt gegen die Wand. Entschuldigung. Naja, das müsste auch mal gezeigt werden, oder? Ich wusste einfach, es ging gar nicht anders, ey. Oh. Hm. Nya. Ah. Ich bist verg- Dori, hauen sie alle weg hier? Nein, verdammt. Guck doch mal, wie sie heimlich wächst. Aus im Nichts kommt sie mit ihrer Funkzahl und geht voll gegen die Dörr. Und voll gegen die Rumble-Bluesli. Boah, ich spiel das mit 4D hier auch. Was? Dory ist vorne? Wie geht denn das? Warten wir auch. Das müssen wir mal abschaffen hier. Das hab leicht gespeichelt. Was machst du denn da? Oh, zu schnell. Lico, kommst du denn jetzt her? Geil, oder? Ganz nett. Verdammt, ging gut. Tobi macht sich wieder seine Wurst hier unten. Oh mein Gott, das war fehl. Ah, ich fehl. Scheiße. Ich hab mich selbst eingekreist. Guck mal, wie sie da oben wieder auf den Richtungswechsel zugesteuert hat. Ja, ja. Schau mal. Ich geb mir die Applaus. Ach, komm. Ach, blau ist sehr höchstprofessionell hier gerade. Ja, blau, äh, blau wartet noch. Er lauert. Oh nein, ich kam nicht rum. Grün mausert sich da ein, Leute. Hallo. Guckt ihr da mal. Das geht da nicht. Ich hab mich geopfert und wollte es verhindern, aber. So, na dann. No. In dem Moment, wo er da durchfahren wird, macht er ihn fett, ey. Boah, das war brutal. Das war Lack. Das war Lack. Hm, das kommt mir jetzt gerade gut. Nein. Ach komm, da hätt ich doch locker durchgepasst. Wie, ihr seid alle kaputt? Was ist passiert? Oh nein, was ist passiert? Ich hab da einen Richtungswechsel gemacht. Wir haben es nicht mitbekommen. Oh nein. Das war auch Fotoaufnahme, wir haben jetzt abgesprochen, dass wir das gerade so machen, ne? Was? Was ist denn jetzt mit Rot passiert? Scheiße! Oh, ich kann kotzen genau. Ich kotzen meins, alles meins, alles meins. Simpsi weg. Ah, was war denn das jetzt? Ich bin auch hingewiesen. Oder ihr macht es wie die Katze. Wir haben doch einfach die Katzen. So, voll wieder das Mittelfeld am Start hier. Ich muss mal ein bisschen aufholen hier. Eben mal abgegangen und dann war's. Ah, alter Steve. Alter Steve? Oh. Bam! Volltreffer, würde ich mal behaupten. Häh. Bitte. Oh, was war denn da? Oh, mich wieder so ein Bumbug. Weg mach. Richtungswechsel. Nein! Kann mal jemand die Lache ausschalten? Die ist so stabil am Nerven. Weißt du was? 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 Was für ein Wendekreis? Nein, was? Schon wieder Richtungswechsel? Wie geht denn das so schnell? Ja, äh, ne? Dory cheatet hier wieder rum, ey. Ich? Ich hab das gar nicht genommen. Dory ist cheating hinterher. Steve, 3, 2, 1, Richtungswechsel. Fuck! Ich hab da runter gezählt. Oh, guck mal. Blau und pink, wie sie sich küssen. Oh. Wie süß. Knöpfig. Dory, hm? Oh. Ohohohohohohohohoho. Kampfansage. So, mach mich dick. Hoppla. Tino! Das tut mir jetzt aber leid. Boah. Ich würde da nur Rache an Steve nehmen und alle hinter mich dran. Was heißt das? Wie lange hält das Ding noch? Lange genug, dass ich gewinnen kann. Hast du es gewonnen? So geil. Ja, wenn es euch gefallen hat, Video nach oben. Daumen oben da. Ich schicke ein Kampfsprechen vor Lachen. Was ist das? Video nach oben oder was? Schickt mir das Video nach oben. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Gruppelt die Katz. Tschüss.